Ja, ich bin ja schon dabei. Ich habe nur schnell was getrunken. Wir haben Besuch. Alter, du greifst die ganze Zeit nicht an. Gar nicht. Ich bin eben erst gekommen. Ich kann nicht die ganze Zeit angreifen. Ja, kann sein. Hier ist was im Kofferraum. Eine Pistole. Hier ist eine Gasflasche. Acetylen-Kanister. Oh, verdammt. Oh, weg. Hau ab. Ich muss flüchten. Der Köln ist, der brennt. Wo bist du? Da. Ich bräuchte hier etwas Hilfe. Ich bin schon auf dem Weg. Mein Grimmel ist kaputt, Alter. Ich muss weg. Mein eigener Schildgrimmel, weißt du? Jetzt ist die Schrufe im Arsch. Spring, lauf doch mal. Der bleibt immer so doof stehen, denn... Oh, hier ist ein Auto. Ja, ich bin auf dem Weg. Das ist gut. Aber ich kann nicht mehr laufen. Der hat nur sehr geringe Sprintfähigkeiten. Wo bist du? Da drin. Das Auto könnte man eigentlich nehmen, ne? Äh, ja. Gerne. Aber hier ist auch ne Sprühdose. Nicht jetzt! Ist hier was zu essen? Warte mal kurz. Bistolen und sowas, ja. Hier ist Müsli. Ich nehm erstmal die Sägen. Hier ist noch ein Messer. Das nehm ich mal vorsichtshalber mit. Ich hab ja noch Platz. Immer das Bier, Alter. Ich konnte jetzt auch erstmal die Sägen nehmen. Weil mein Grimma leider kaputt ist. Ah, hier liegt ein Bauplan. Mechadrache-Klinge. Flamme. Witzig verarscht. Ey, da ist Crystal Meth. Wir müssen Crystal Meth helfen. Wo ist Crystal? Ich kenn nur Crystal von der Post. Ich hab jetzt ein Katana. Hier lag irgendwas Großes. Was lag hier? Hier ist ein Laubgebläse. Ich komm zu dir. Weil hier ist ein Motorrad. Bist du durch das Haus gelaufen? Durch die Garage oder was das hier ist? Ja, ich bin... Ach nee, da bist du. Alles klar. Ja, im Übrigen ist genug Dinger, ne? Farbdosen. Ja, dann lass uns zu ihr hin. Warte, hier ist noch irgendwie was. Ja, ich seh das auch. LOL! Du fucking Panzerfaust. Nimm sie, nimm ihn. Ich muss erstmal... Ich ess was. Hast du sie genommen? Du hast sie genommen. Ich hab sie nicht genommen. Oh, die liegt da echt noch. Aber was soll ich wegwerfen? Ja, geh doch mal... Geh mal beiseite. Ich will meine Katana wieder haben. Ja, dann lass dich durch. Kann ich zweckwerfen oder ich wüsste halt nicht, was sie wegwerfen würde. Meine Drachenmaske ist gleich kaputt. Die werde ich jetzt mal... Die macht nicht mehr lange. Ja, dann hüte sie etwas mehr. Bist du jetzt weggelaufen? Ich dachte, du bleibst bei der... Oh, ich schock drauf. Achso, alles klar. Es gibt ordentlich XP, die Drachenmaske. Ja, ja. Was mir fehlt, ist, dass man eben die Sachen reparieren kann. So wie bei Dead Island damals. Das war gut, ne? Lass uns mal hingehen. Lass uns mal hinfahren. Ah, Mist. Los geht's. Wie heißt das Auto, hast du das gesehen? Nee. Weil ich hab geskillt, dass ich Autos bauen kann. Oh, Leute. Du musst lauter sprechen, wenn so ein Lärm ist. Äh, ich hab geskillt, dass ich was mit Autos bauen kann. Und dafür brauche ich halt den richtigen Namen vom Auto. Achso. Das ist ein... Muscle Car. Alles klar. Ja, das sieht so aus. Ich kann was mit Buffalos bauen. Oder? Mit Getränkewagen kann ich was bauen. Oh, ich hätte gern... Oh, ich hätte gern irgendwie jetzt diesen Meckerdrachenflamme, ne? Hätte ich schon irgendwie gern, ne? Ja. Der Drachen ist gut. Sorry. Guck mal, wir haben beide dieselbe... Das sieht lustig aus. Guck mal zu mir. Ja, ich seh dich doch. Ja, wir hampern beide gleich rum, ne? Ich hoffe, das bringt jemanden in Sicherheit. Okay, Zeit zum Abhauen, solange ich noch kann. Für dich auch. Hey, du kannst mit mir kommen, wenn du willst. Okay, aber bitte nicht ein, dass da was läuft. Ich steh nicht auf Kerle, klar? Aha. Sie steht auf Zombies. Kommen wir jetzt hier rein? Nice. Gut, dann lass uns hier erst mal gucken. Oh, hier ist Waffenboppa. Stangenwaffe, das ist gut. Meistens liegen ja dann die Teile hier auch rum, ne? Waffenexperte. Hier ist ein Waffenstießfach. Hier ist ein Klo, falls du musst. Hier ist ein Kleiderschrank. Ah. Oh, hier, hier. So, ich lauf so rum. Ist ja auch nicht schlecht. Äh, genau. Au. Lol. Was machst du denn? Warum haust du mich? Ich hab dir nichts getan. So sehe ich schön aus, ne? Auf jeden Fall. Warte, kann ich Ihnen den Gegenstand geben? Anna, guck mal her. Nee, ich hab's schon. Hast du das da alles hingeworfen? Eventuell. Stachelhau... Warum sind da zwei so eine Stacheldinge? Kann ich die auch nehmen? Warte mal. Razzor. Du brauchst doch nur einen Razzor. Ja. Gut. Ich will an den Waffenschrank. Ach. Allerdings so viele Gegenstände vor. Ach, kann man... Den... Den ist ein... Den ist ein Pack weg, oder was? Das ist ja doof. So, ich muss erst mal umziehen gehen. Guck mal weg. Ich kann mich nicht umziehen, wenn Leute mir zugucken. Guck weg. Stöckscheiße. Fählich. Ich möchte, dass du wegkommst. Ich guck... Ich guck doch gar nicht. Und ich kann entweder Schnurrbart oder Brille. Warum nicht beide? Für was anderes. Hä? Ich hab nur noch vier Plätze. Lol, das ist doch geil, oder was? Ist das? Nee. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich hatte... Ich hatte geskillt, dass ich einen Waffenplatz mehr hab. Das verstehe ich jetzt nicht. Fähren Waffen? Also, ich find ihn ja hier cool. Siehst du nicht? Ja. Siehst du gerade, ne? Ja, na klar. Das find ich ja sexy. Oder ihn ja. Nee, warte, ich mach ihn ja. Ach, was hast du? Du hast einen Ritter? Das ist ja interessant. Warum hab ich jetzt genug... Das verstehe ich nicht. Oder ich darf natürlich so. Das ist natürlich auch sexy. Ach, das ist ein Bug. Jetzt hab ich wieder fünf Plätze. Alles klar. Habt's doch vor den Zombies. Haben wir denn hier auch? Haben wir nicht, ne? Wir haben hier keine Feuerwerkskörper, ne? Überlebenden Pinnenwand. Einer haben wir gefunden von 25. Interessant. Was sabbelst du da? Jetzt bin ich hübsch angekleidet. Ich würde echt gerne an den Waffen schrecken. Aber es ist alles zugemüllt. Verstehe ich nicht. Geh mal beiseite. Hier ist auch nichts mehr groß. Jetzt. Hast du deine Katana weg? Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt, nice. Was kann man hier machen? Nagelkiste. Helme. Verschiedenes. Willst du ein Massagegerät oder eine weibliche Schließfach? Schließfach wird neu befüllt. Bitte warten. So, dann wollen wir mal gucken, was hier so liegt. Handkanone. Heavy Metal. Der passt. Todesmarktschnitzer. Hast du Feuerwerkskörper dabei? Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich ja schon vermisst. Ich hab's gesehen. Haha. Was haben wir denn noch? Ich steh ja so, ich steh ja auf Schusswaffen. Ich hab mir mal ein paar mitgenommen. Ich bin noch nicht bereit. Ich versuch nur, meine Granaten zu verwerfen. Hier ist ein Helm. Du, hier ist ein Bauarbeiterhelm. Und ich hab hier irgendwo einen Koffer gesehen. Nee, doch nicht. Das war draußen. Ich verwechsel was. Hier ist ein Eimer. Die steht auch immer im Weg. Ich wollte raus. Lass mich mal durch. Ich steh doch gar nicht in der Tür. Ich weiß gar nicht, was du willst. Guck richtig. Ist ein Schlitterhelm. Du mobst mich. Oh, hübsch. Alter, was liegt denn hier alles auf dem Boden? Würdest du mich verarschen? Schwuppflinte. Eine Feuersteuder? Was ist denn eine Feuersteuder? Ja, ich hab Waffen rausgekriegt. Ey, hör auf mich zu beschießen. Ich geh mir mal was... ...zu trinken holen. Ich mach nur Güte. Ja. Prädikat gut. Oder eher Prädikat befriedigen. Also. Alter, hast du hier die ganzen Waffen auf den Boden gewonnen? Ja, ich hab den Waffenschrank leergeräumt. Hab ich dir doch erzählt. Wo hast du den leergeräumt? Na, wo ich dran war. Und dann konnte ich raufklicken. Und dann kam immer was raus. Aber das hat sich automatisch nachgefüllt. Ja, ja. Das füllt sich dann wieder nach. Das stand da. Bitte warten. Nein. Ich komm nicht an den Schrank ran. Hier sind noch Explosivsachen. Oh, hübsch. Wo ist denn mein Watt? Warte, ich will den Prächter da wieder haben. Nein. Da ist er. Ich hab dir so einen Granatwerfer rausgekriegt. Wenn du Interesse hast. Ich komm nicht an den Schrank ran. Man muss Pixel genau stehen. Ja, das geht mit der Maus besser. Musste zugeben. So eine Sachen. Das ist hübsch. Ich hebe sie mir mal auf. Können wir denn mal wieder weitermachen? Nein, ich bin gerade am fluten. Ja, die hast du auch. Die hab ich mir auch geholt. Hier. Die Frostbeule. Den Morgenstern, Alter. Der hat schon was. Lass uns mal dann, dass wir rüberkommen hier zur Garage. Wir haben ja ein Auto. Wir können ja hinfahren. So ein Schild finde ich blöd. Würde ich nicht nehmen. Mein Dings ist kaputt. Ich hab das denn weggeworfen, ne? Automatikflinte. Problem ist, ich hab ja zu viele Waffen. Du hast aber auch schon 5 Slots, ne? Ja, ja. Ja, es macht sich auch besser. Den Granatwerfer hast du denn da jetzt? Ja, den hatte ich rausgeholt. Hier ist ein Koffer, Henry. Und da liegt ein Helm. Ja. Ich brauch aber keinen Koffer. Ich brauch einen... Warte, mach mal nix. Ich brauch einen Fass. Nimm mir nicht die... Nimm nicht die Waffen, ne? Wo ist meine Maus hin? Ich bringe jetzt mal nach unten zum SUV. Ah, ich will hier bauen. Du rennst jetzt wieder weg. Warte doch denn mal ne Sekunde. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt, wo ich anfange. Da müssen wir auf einmal rüber. Vorher warte ich ne Stunde auf dich. Mindestens. Mindestens. Ach, da bist du drin. In unserem SUV. Ja. Weil der ist die Viersitzer. Ja, warte. Wir müssen sie mitnehmen. Aber wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Ja, die ist weggelaufen. Würdest du mich verarschen? Wo ist sie denn? Anna kommt da. Anna kommt da. Anna kommt da? Nun warte, bleib doch mal stehen. Nein. Jetzt kannst du los. Die hat hinten die Treppe genommen. Ganz elegant. Hauptsache, das Auto hält noch durch. Da kommst du nicht durch. Das sind Tolle. Oh. Schnell raus. 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 Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ihn zu nehmen. Wir müssen sie halt hinten mitfahren. Oder einer läuft. Oder sie läuft. Ja, läuft sie halt. Ne, das ist doof. Wir haben sie ja gerettet. Ja, dann musst du da jetzt durch. Da willst du laufen. Na, wir gucken, ob ein anderes... Vielleicht gibt es noch ein anderes Auto. Das Taxi. Es gibt ein Motorrad, aber ob da mehr reinpassen kann. Ne, da passen ja auch nur zwei rauf. Warte mal, warte mal. Bleib mal hier. Bleib doch einfach mal hier. Ja, ich gucke doch nach einem Auto einfach. Nein, ich kann doch oben rauf aufs Auto. Und sie steigt ein. Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal probieren. Du, wir können es ja mal probieren. Die läuft dir hinterher, weil du der erste Player bist. Ach so, so meinst du das? So müsste ich fahren. Ich bin ja nur gerade auf der Suche nach einem Auto. Kommt Anna mit? Ja. Alter, wie krass viele Zombies hier sind. Das glaubst du gerade gar nicht. Ich habe einen Taxi gefunden. Das ist ein Vorsitzender. Ja, dann komm damit her, ne? Wir sind hier noch beim Gebäude. Ja, ja. Tut mir leid, das Auto ist auch schon demoliert. Aber ich muss da einen so krass für den Zombies, wenn man das läuft, ne? Ich bin kein Zielschein. Na ja, man muss hier hinfahren, wenn du magst. Dann steig mal ein. Oh, jetzt läuft er wieder nicht. Steigt's. Schnell steig ein, Frau. Sie ist drin. Soll ich mal zu dem Ort mitgefahren, wo wir gerade wart? Nö, nö, nö. Lass uns mal zum Ziel fahren. Okay. Ist, glaub ich, besser. Hier ist wieder so ein Sportwagen. Der ist leider nur was, wenn man zu zweit unterwegs ist. Muscle Car. Ist da nicht so ein Sportwagen? Ja, Muscle Car ist ein Sportwagen. Ja, das ist schon mehr so. Na, ein sportlicher, kräftiger. Und du weißt schon. Warum gehen die hier nicht rein, wenn die Tür auf ist? Warum macht ihr uns die Tür nicht auf? Die Tür war auf die ganze Zeit. Kann man die auch wieder zumachen? Das macht mich nervös. Achso, Video. Tag 1. Taktische Pistole. Was ist denn in 5 Tagen und 8 Stunden? Das Spiel vorbei, da ist der Apokalypse. Achso. Achso, ich muss Enter drücken. Kommt nicht mehr, aber zum Trinken. Inzwischen geht die Suche nach Präsidentin Paddock in Los Pervidos weiter. Wir schalten jetzt live zu einer Pressekonferenz, die gerade läuft. Mit Verteidigungsminister und Ex-General Don Hamlock, die Konferenz läuft. Also sicher. Bitte bleiben Sie dran. Die Ursache für den Ausbruch wurde noch nicht ermittelt. Aber allem Anschein nach wurde er von einem illegalen, ungechippten Infizierten ausgelöst. Diese Tragödie sollte alle Amerikaner erinnern. Sombrax-Chips sind Vorschrift. Los Pervidos steht zum Schutz aller, innerhalb und außerhalb, bis zum Auffinden der Präsidentin unter Quarantäne. Die Ansteckungsgefahr bleibt weiter hoch. Deshalb werden wir in sechs Tagen, nachdem wir sicher sind, dass alle Überlebenden gerettet wurden, keine andere Wahl haben, als eine große Brandbombe zu zünden. Sie wird alles organische Leben in der Stadt vernichten. Was zum Teufel? Ich bin doch organisches Leben. Alle Zivilisten sollten sich umgehend bei einer Quarantänenstation zum Chippen und Evakuieren melden. Eine letzte dieser Stationen wird bald verfügbar sein. Scheiße! Quarantäne-Station bei der Production Bridge. Himmel! Hey, wie zum Teufel kommen wir da hin? Laufen geht nicht, fahren auch nicht. Wir könnten eins reparieren. Oder beide. Vielleicht könnten wir sie kombinieren und so etwas Stärkeres bauen. Ja, die Idee hatte ich auch. Dann mal los. Versuch's einfach, Kleiner. Wollen wir sonst erstmal Pause machen? Ja, na klar. Reicht auch. Morgen weiter am besten, okay? Merkst du ja, ich muss, ich, ja, ich, ich huste hier schon wieder die ganze Zeit rum. Denn Dankeschön fürs Zuschauen und wir machen dann vielleicht morgen weiter, ne? Bis dann, ne? Jo, tschüss! Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü